Hilf mir, actually, hilf mir. Okay, ich bin tot. Nein, noch nicht. Noch bin ich nicht tot. Bleibst du bitte beim Tower? Aber Mann, die andere hatte 100 Leben, okay? Versuch die Artemis noch zu kriegen, Cupit hat auch nicht mehr viel. Ist schon so ein bisschen. Läuft er in den Wald? Oh Gott, seine Ultimate, ich bin im Arsch. Nein, doch. Nein, ich bin nicht im Arsch. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Da, hör den. Ja. Ist meine Frechheit, dass schon wieder du die killst, kriegst, aber naja. Du kriegst nicht das ganze Geld für die killst, das baut, da kriegt man gleich O-Anyx. Doch, doch, kriegst du auch Geld. Keine O-Anyx. Nee, aber sonst, und. Würde es da stehen. Würde... So aufpassen, der Tank, weil ich hab nicht nur 200 Lebenspunkte. Möchte aber noch Level 9 werden. Bisschen wenig Truppen. Was finde ich schon? So, jetzt werde ich mich dann schleichen. Bei den Turmen, wenn er irgendwo kommt, dann bin ich tot. Versuch du, noch lass die Minions auch beim Turmen rum. Die sind eh gerade alle in der Mitte. Das ist der einzige, der schon getötet hat. Ich glaube ja. Oh, Kali kommt. Warte, warte, warte. Lauf! Achso, nein, die ist da drinnen. Komm rüber, ich bin noch weiiit, weit weg, weiiit. Ich bin die halbe Karte von dir entfernt. Warte, treib sie nach unten. Nein, geht nicht. Oh Gott. Was machen die da links? Scheiss. Ja, du. Den Push verhindern wir wohl. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da ist ein zweiter gekommen, um mich zu killen. Ich dachte, die pushen gerade alle. Ja, habe ich mich wohl geirrt. Das ist schwierig. Sind die nicht gerade alle pushen? Nein, ich glaube, du kriegst deutlich mehr Geld für die Kills, weil du... Du hast... ... oder 800 Gold mäßig. Obwohl... Nein, vergiss es. ... du hast... Vorsicht von hinten. Oh man, oh man, oh man, da sind Vieh, ich komme auch noch schneller. Warum komme ich immer da an, wenn wir gerade im Rückzug sehen? Ja, rennen wir noch schnell die Kante mit rein. Grüß Gott. Wie fühlt der Jamiya aus? Ha, endlich, der war jetzt meiner. Oh, achso. Ich dachte schon, ja, weil wir gerade vorhin schon immer, dachte, oh Gott, wo sind sie? Warum wird ihm irgendwas Mana Regnerieren? Regen... 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 ...etwas um einen Mana wieder herzuschauen. Regenerierendes... ...was he... Keiner Oh, ich glaube der Artemis verfolgt dann Können wir uns umdrehen und sie killen? Ah, ist schon spät Hat uns verfolgt, hätten wir uns früh überlegen müssen So Dann Lauf zum Tauern Tu als armes Opfer und ich helfe dir Oh Gott, jetzt bin ich das arme Opfer Ah doch, nicht, ich lauf den weg Warte mal, ich geh zurück Ah Ah Eigentlich ein Bild Verweitern, bräuchte ich deutlich mehr Geld Oh Oh Too bad Das war aber eh scheiße Gott Ja, da kommt ja Warte, versteck dich Ich Ich Mach einer feinte Eis Oh Gott, wo ist einer? Da ist noch einer? Da ist noch einer 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 Ich wollte eigentlich jetzt gerade Recall machen, wenn sie Das auch Oh Gott, oh Gott, ich bin im Arsch Ah, ich habe euch beide abgewehrt, ihr Seker Ich habe das einen Ich habe das Erkenden Ich habe das Ich habe das Schweren Obwohl Ich habe das Aber ich glaube, jetzt sind sie auch nur zur Aufmerksamkeit geworden. Warte mal, ich lege da mal vor, präventiv eine Falle. Hast du irgendetwas, um mehr Mana zu kriegen? Ja. Halt auf Leviathan. Ja, das würde ich auch kaufen, das ist der Marker, der Marker, der Leben regeneriert. Ja. Ja. Den nehme ich auch ganz sehr, selbst wenn ich keine Tanks spiele, weil da macht sich halbwegs Warte, Bernhard, ich glaube, ich muss rein, weil wir haben keinen Mana, also solltest du mir auch holgen. Das Mana von mir ist. Ich gehe schnell nach rechts, warte. Ja, Adem ist killen. Du, die pushen gerade, komm lieber zurück. Sind sie drei oder was? Ja. Oh, jetzt sind sie, glaube ich, sogar schon Vieh. Nein, Adem ist jetzt immer noch drüber und macht fast einen Tower, ich muss dich eigentlich Was? Passt. Passt da, Bernhard! Ja, gut. Ich halb genug, Gott. Ja, eigentlich hilft uns doch teilweise zu mir selbst zu sein. Hilf mir, hilf mir, Kuppi! Erst helft sie mir doch, wo seid ihr? Das wäre super, jetzt hätte ich mir was gekriegt. Das ist scheiße, die waren so niedrig, drei Leute von denen. Ein Schuss auf jeden von denen hat gereicht. Lösem. Ja, 맛. So, Kummґ. Jetzt gerade Földer bin. Und meine Statistik ist wirklich eine Weichheit. Und meine Statistik ist wirklich eine Weichheit. Ich habe gerade einen zerstört? Ja richtig. Nein, dein Team. Ja, weil ich habe auch keinen Angriff, aber der hat dann nur noch die Hälfte des Lebens. Deswegen wird's mir blut. Ah, ist das nicht schön, wenn die Generation ein bisschen... Hey, das ist die Kali. Keine Bitch. Verdammt schnell, die Kali, die kann man gar nicht. Neckt bei dir auch? Ah, natürlich. Hilfe Bernhard, Hilfe! Oh Gott. Ich bin auf der komplett anderen Seite, wie soll ich dir helfen? Das fahre ich auch gerade. Ich werde nicht gerade von Kali verfolgen. Und diese sind nicht nur schneller, sondern vor allem auch schneller. Nicht nur schneller, sondern auch schneller. Ja. 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 Ich habe gerade einen zerstört. Ja. 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 Ich habe auch keinen Angriff, aber der hat dann nur noch die Hälfte des Lebens. Deswegen wird's mir blut. Ah, ist das nicht schön, wenn die Generation ein bisschen... Weil, da ist die Kali! Eine Bitch! Verdammt schnell, die Kali, die kann man gar nicht. Leckt bei dir auch? Ah, natürlich. Hilfe Bernhard, Hilfe! Oh Gott! Ich bin auf der komplett anderen Seite, wie soll ich dir helfen? Das fahre ich auch gerade. Ich werde nicht gerade von Kali verfolgen. Die sind nämlich nicht nur schneller, sondern vor allem auch schneller. Nicht nur schneller, sondern auch schneller? Das ist so ziemlich der ganze Nahrer. Ja, er wird hier irgendwo sein, das ist wie wir uns. Das ist aber schon immer wieder raus. Ich vergesse, falls du dein Leben und dein Leben abschließt.